Ich bin Jason Scrivi und arbeite bei der Forst Automotive als Teamleiter. Die Firma Forst ist ein großer Arbeitgeber hier in der Stadt, ein bekannter Arbeitgeber. Wenn ich morgens mit einem Hund raus gehe, nehme ich die Kinder direkt mit, bringe die Fußläufig zur Schule. Ich brauche, um auf die Arbeit zu kommen, kein Auto. Zu Fuß ca. 5 Minuten. Ich arbeite im Bereich Automotive, im Muster- und Vorserienbau. In dem Bereich arbeiten in der Produktion 20 bis 25 Mitarbeiter und für den Bereich der Montage bin ich zuständig. Wenn ich zurückblicke, wo ich angefangen habe in der Firma und wie ich heute als Teamleiter stehe, habe ich eine Karrierelaufbahn, womit ich voll zufrieden bin und auch sehr gerne zur Arbeit gehe. Ich nutze auch regelmäßig das von Forst Angebot eine Fitnessstudio. Es ist praktisch für mich, da es direkt im Gebäude, im Haus ist. Ich habe bei Forst meine Frau kennengelernt und wir haben in der gleichen Abteilung gearbeitet. Jetzt sind wir verheiratet und haben zwei wunderbare Töchter. Vor zehn Jahren haben wir eine Wohnung gekauft, die sehr zentral liegt zur Arbeit. Auch die Kaufbreite sind viel geringer als in der Großstadt. Ich fühle mich wohl in Wipperfilt, weil Wipperfilt halt eine übersichtliche Stadt ist. Es ist eine kleine Stadt, aber sehr zentral gelegen. Das Schöne ist, dass wir hier in der Nähe sehr viele Talsperren haben, wo man auch den ganzen Tag verbringen kann. Schöner Ausflug. Man kann dann zur Neidetalsperre fahren oder zur Bebertalsperre, was eigentlich alles hier so in der Nähe ist. Also für eine Familie, wo beide arbeiten gehen und man trotzdem noch Eltern sein möchte, finde ich Wipperfilt super. Man kann sehen, ob wir es normal Academy machen sehen. Philippias Hohlersperre aus Legal Hatho num Glorialara selbst fällt weiter. Vielleicht ist ich will. Man kann sagen, ich will es jedem in Klartner entfernen. Drs. mang genueleidwilliger. Ich hoffe, dass nicht dafür betrachten wir ihn. Vielen Dank.